gehört hat in der Aufnahme Aufnahme natürlich Musik 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 Leute ich bin es Erik vom Kanal R Gaming und ja wir spielen hier eine Runde FIFA 16 nicht wie sonst eigentlich Black Ops 3 ja ähm wie gesagt ich bin 16 ich bin Barcelona gegen Seattle Sunders weil sonst könnt ihr das gameplay streichen auf halb profi weil da können die wenigsten was und sind nicht grad die über pros also ich meine von der Stärke und von die Loll was wird das und 1 zu 0 gut ich habe ein bisschen Schuss hätte auf 100 gemacht aber ich habe wirklich sonst nichts verändert am Gegner oder an mir mit dem Ball ja versucht dort zu tricksen Lappen das mit dem Schießes aber OP mit Schuss hätte 100 das ist lustig ich finde das lustig hm oh 2 0 hat der Torwart keine Chance ganz ehrlich ok nächstes Video wird es anders werden sagen wir also natürlich erstmal die Frage wollt ihr mehr für 16 sehen ja sehen dann schreibt es mir in die Kommentare wenn wir 15 Likes erreichen mache ich zwei Videos pro Woche Viva 16 sind also zweimal pro Woche Viva 16 Videos wenn wir halt wie normal so 11 10 was weiß ich Likes oder natürlich mehr als 15 denn es ist natürlich eine andere Geschichte mache ich das vielleicht einmal in der Woche vielleicht auch gar nicht ich krieg zu meinem Geburtstag auch noch Battlefield 4 dazu zu meinem Headset also bessere Mikrofon Qualität plus neues Spiel Battlefield 4 halt ich bin Battlefield eigentlich ganz cool ich weiß nicht was alles sagen ne entweder zock ich bett die vierte oder COD also ich kann beides hoffen auf jeden Fall ja sorry aber nein egal Andrew 2 3 0 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 6 ja wie kann der daneben schießen das kann nicht sein dass der posten macht doch leute egal sowohl spanischer tanz sie hätte es anders drei sterne mannschaft gegen fünf stelle mannschaft mit schuss heck ist es ja nicht also eigentlich ist es ja nun eine veränderung eine modifikation des spiels neymar in den ball abgenommen und macht das 6 zu 0 jawohl nice quarter airways können gar nichts können mir gar nichts steht schon 6 0 nach 36 minuten nicht war ich das nur er hat juckt ihn einfach nicht hatten wir nicht vorher schon 6 0 so vorher hatten wir 5 0 auch der entschuldigt mich natürlich für meinen Fehler das war das denn hat er hier vielleicht ja egal er hat nach wie es aus dem Weg mit dem Weg ich denke die Opel 7 0 schaffen wir hier 15 0 in diesem Spiel 11 15 0 Leute es ist zu stellen ein Amazon-Paket Schleichwerbung zu stellen wie gefällt nicht ganz, dass Suarez eine gelbe Karte hat wie man will denn noch so für den Sturm niemanden ist ja auch gut, ne? also aus reinem Interesse wechsel ich den mal gegen Mascherano ein bestimmt hat der mehr Tempo warte warte der wer ist denn jetzt gehen? ach egal ok, ich nehme Mascherano nice ok, das entschuldige ich jetzt für meine Tollpatschigkeit so Sieto Sargers 1,10 Uhr sollte hier locker drin sein komm 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 nicht so, dass der jetzt daneben gepasst hat loll Kiesel darf in diesem Lohr oder es gelangt hat mit dem Lohr Lohr auch deine gelbe Karte wieder gut obwohl die die schon ein paar mal gut gemacht hast oh, die haben einen Sprung zu Xbox ich weiß nicht, warum man als PS4 Spieler Xbox und ich hab noch einen neuen Banner bekommen nochmal herzlichen Dank an Try4Heart bitte schaut bei ihm vorbei, er macht Battlefield 4 Videos auf dem PC und auch ab und so mal vielleicht 5-6 Video Modern Combat 5,4 wenn ich mehr spiele auf Android und auf Windows ich weiß nicht mal ob es Battlefield auf iMac gibt puh reicht das etwa ähm ja, er kann euch auch Banner machen, er ist zwar er macht das zwar nicht so als Beruf, sag ich mal mit dem Banner, also er kriegt dafür kein Geld er macht auch kein giveaway oder so ihr müsst ihr einfach mal in die Konta schreiben ja, ich will ein Banner von dir mein jetziger COD Banner ist das von ihm also richtig nice auf jeden Fall macht er auch mit Photoshop, also das Programm kein eines der besten Programms Programme vielleicht sogar das Beste auf Windows weil äh mehr Photoshop von Adobe, Adobe oder Adobe wie man es will oh oh real life muss das ein bisschen wie hat noch 60 Minuten 15 0 kann noch was werden naja oh Messi Alter Messi E was machst du hier kann ich natürlich auch ein Profil mitmachen ich mein Traitor hat jetzt Link ist natürlich der aller ist der allererste Linke in der Beschreibung ja also auf jeden Fall mal vorbeischauen und ein zu ich will den Ball seit spiel danke für den Wurf er kann euch natürlich auch ein Profilbild machen also bezogen natürlich wieder auf 3-4 aber Intros kann er glaubt meines Wissens nicht machen ja also auf jeden Fall geiler Designer ist so kein richtiger Designer aber er kann es halt machen warm und ja ich habe auch ein Twitch-Kanal ich mach es mal nicht oh Alter wäre der reingegang nicht mehr so neis ähm haben die achso der hat den gevloggt achso sagt das doch gleich wo das Telefon klingelt ähm tut mir jetzt natürlich leid für die Störung aber naja egal okay es nervt okay es ist jetzt weg vielleicht hab ich ein bisschen genervt ich denke schon dass man das gehört hat in der Aufnahme nicht ich bin ich habe das ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin besten Spieler auf der Welt weil es halt nicht so viele Spiele gibt und ich krieg hier wen von Seattle Sanders das hat nicht viel Sinn ergeben kann ich gleich mit Barcelona nächstes Spiel werde ich mit Seattle Sanders wahrscheinlich spielen weiß ich noch nicht ich will hier nichts versprechen die erste Mister mit er ach guck so das war es wie der dahin fliegt wie so ein kleiner Vogel ich könnte natürlich richtig schießen aber es soll vielleicht noch ein bisschen spannend sein also ich meine wie ich es nicht kann ich den Torwart ausdrüben Leute genau so gut ich doch jetzt flanke und jetzt kommt man egal wir machen noch mal den Fernschuss und 13 0 noch mal und wer ist das aber Schordi Albo ich weiß es nicht Anni Daniel ist ich muss auf jeden Fall das Teil die ist jawohl gewonnen 13 0 knappes Ergebnis oder auch nicht und ja damit verabschiede ich mich mal wieder von euch wenn euch wenn es euch gefallen hat lasst doch bitte einen Daumen nach oben da denn ja es ist das erste FIFA Video wie gesagt zeigt mir dass ihr mehr FIFA sehen wollt 15 Likes zweimal pro Woche positives kommentar oder ihr könnt auch so kommentieren konstruktive kritik ist auch erwünscht also Vorschläge in die Kommentare es ist auch und ja ein Auge würde mich natürlich auch freuen und ja ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder bis dann Ciao